Drei spannende Filme und ein Videospiel mit Herz. Das sind die Neuerscheinungen der Woche. Der Marvel-Held Black Panther zeigt seine Krallen. Ein preisgekröntes Fantasy-Märchen gibt's mit Shape of Water. Jennifer Lawrence wird zur russischen Agentin in Red Sparrow. Und der blaue Igel Sonic flitzt zu seinen Wurzeln zurück. Seit den 60er Jahren gehört Black Panther zum Marvel-Comic-Universum. Und schon 2016 hatte er seinen ersten Kinoauftritt im dritten Captain America-Film Civil War. Und nun folgt sein erstes Solo-Abenteuer. Ich habe Götter fliegen gesehen. Ich habe gesehen, wie Männer Waffen bauen jenseits meiner Vorstellungskraft. Aha. Ich habe gesehen, wie Aliens vom Himmel fallen. Aber ich habe noch niemals so etwas gesehen. Was verbergen sie noch? Tja, eine ganze Menge. Denn während Wakanda sich nach außen als armes dritte Weltland gibt, verbirgt sich unter einer Tarnkappe ein Königreich, das über das geheimnisvolle Metall-Vibranium verfügt. Nach dem Tod seines Vaters erbt Challa nicht nur den Thron, sondern auch die ehrenvolle Aufgabe, Wakanda in der Rolle des Black Panther zu beschützen. Und es gibt auch direkt Arbeit für den Superhelden. Zum einen will der Waffenhändler Ulysses Klaue das wertvolle Vibranium stehlen, zum anderen erhebt der Exzellent Eric Anspruch auf den Thron. Black Panther legte in den USA einen der besten Filmstarts aller Zeiten hin und ist nach Avengers Infinity War der bisher erfolgreichste Kinofilm 2018. Kein Wunder also, dass bereits ein zweiter Teil angekündigt ist und auch in weiteren Marvel-Filmen wird man den afrikanischen Superhelden sicher öfter sehen. Nicht nur deshalb, sondern auch weil Black Panther buchstäblich großes Kino ist, solltet ihr den Film unbedingt nachholen oder sogar nochmal anschauen. Auf DVD und Blu-Ray bekommt ihr ihn jetzt bei EXPERT. Auf DVD und Blu-Ray bekommt ihr ihn jetzt bei EXPERT. Shape of Water hat reihenweise Auszeichnungen eingeheimst, allen voran die Oscars als bester Film und für Guillermo del Toro als bester Regisseur. Auch dieses preisgekrönte Fantasy-Abenteuer ist nun diese Woche neu fürs Heimkino erschienen. In den 60er Jahren, mitten im Kalten Krieg, arbeitet die stumme Eliza als Putzner. in einem fragwürdigen Labor. Dort befindet sich auch ein im Amazonas eingefangenes Wesen und ist brutalen Experimenten und Gewalt ausgesetzt. Als Eliza vorsichtig Kontakt aufnimmt, zeigt sich, dass das Wesen nicht nur intelligent, sondern auch einfühlsam ist. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Zelda und ihrem Nachbarn organisiert Eliza die Flucht aus dem Labor. Zugleich entwickelt sich zwischen ihr und dem Amphibienmann eine märchenhafte Liebesbeziehung. Romantik mit einem Monster – kann das funktionieren? So seltsam es klingt? Ja, und schon allein daran lässt sich erkennen, warum Guillermo del Toro für diesen Film so viele Auszeichnungen kassiert hat. Shape of Water ist in vielerlei Hinsicht besonders. Die DVD oder Blu-Ray gibt es seit dieser Woche neu bei EXPERT. Als ich in Moskau war, habe ich von einem Programm gehört. Junge Offiziere. Ausgebildet, um zu verführen und zu manipulieren. Die ehemalige Ballerina Dominika, gespielt von Jennifer Lawrence, durchläuft die erbarmungslose und hochgeheime Ausbildung, mit der Russland eine neue Riege an Spionen heranzüchtet. Für ihren ersten Auftrag wird Dominika auf den CIA-Agenten Nate angesetzt. Dieser steht in Kontakt zu einem russischen Maulwurf. Und wer das ist, das soll Dominika herausfinden. Doch dann verliebt sie sich in den amerikanischen Spitzel. Die Frage ist aber, kann sie ihm trauen? Und er ihr? Red Sparrow ist ein waschechter Agenten-Füller, bei dem fast jeder ein doppeltes Spiel spielt und versucht, dem anderen um eine Nasenlänge voraus zu sein. Das spannende Katz-und-Maus-Spiel bekommt ihr jetzt auf DVD und Blu-Ray bei EXPERT. Du bist ihr Eigentum. Sie werden dich nie gehen lassen. Ich finde einen Weg. Seit über 25 Jahren ist der kleine blaue Igel Sonic das Maskottchen des Spieleherstellers SEGA und flitzt in atemberaubendem Tempo durch bunte Level. Doch die neueren Spiele konnten die Fans nicht überzeugen, bis 2017 Sonic Mania erschien. Das kehrte zu den Wurzeln der Serie zurück und schickte Sonic und seine Freunde erneut durch Quietsch, bunte 2D-Welten. Erhältlich war das Spiel zunächst allerdings nur als Download. Doch nun ist mit Sonic Mania Plus eine erweiterte Version für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch bei EXPERT erhältlich. Und so könnt ihr nun nach Herzenslust durch klassische, ebenso wie durch völlig neu gestaltete Level rasen, dabei möglichst viele goldene Ringe einsammeln und Gegnern und Fallen ausweichen. Neben Sonic und seinen Kumpels Knuckles und Tails sind mit Mighty und Ray noch zwei weitere Charaktere hinzugekommen. Wie alle Figuren besitzen auch sie spezielle Fähigkeiten. Während Mighty eine Stampfattacke ausführen kann, kann Ray elegant durch die Luft schweben. Hinzu kommen zum Beispiel ein Modus für bis zu 4 Spieler und ein neuer Wettbewerbsmodus. Außerdem liegen dem Spiel ein Sega Mega Drive Wendekover und ein 32-seitiges Artbook bei. Ein echtes Nostalgie-Paket also für Fans und solche, die es werden wollen. Holt euch also jetzt Sonic Mania Plus für PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch bei EXPERT. Ihr wollt noch einen Top-Tipp haben? Na dann klickt doch mal hier unten auf das Video zum Angebot der Woche. Das ist nämlich aktuell das Samsung Galaxy A5 zum Superpreis. Mehr erfahrt ihr im Video. Ich sag tschüss, schönes Wochenende.